Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Shadow Tactics Blades of the Shavun. Die vorletzte Mission. Wir wollen uns jetzt um den hier kümmern. Der kommt aber auch immer gleichzeitig, wenn die Patrouille daherläuft. Das ist schon... Nicht so schön. Oh, das ist freezing. Okay, das war doof. Vielleicht lässt sich das doch noch ein bisschen anders teilen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir den auch anlocken. Wenn ich hier oben stehe. Könnte sein, dass der es dann hört, oder? Ready. Birds voice. Mal gucken, wenn er es hört. Dann müssen wir schnell nach unten gehen. Zum Eingang, um ihn zu erledigen, wenn er dann kommt. Ah, er könnte es theoretisch hören. Weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch. Hush! I'm on there. Wake up, little knife. I can do this. Yes. Sehr schön. Und noch einer weniger. Läuft doch wie geschmiert hier. Das hätten wir doch schon mal gemacht. Und Yuki ist wieder unsere Geheimwaffe. So, jetzt hätten wir hier ein Zeitfenster, uns vorbeizuschleichen. Das ginge, das ginge. Müssen wir natürlich auch wieder timen mit der Patrouille. Die könnten wir allerdings auch loswerden mit dreimal Lundenschlosspistole. Zum Beispiel. Oder indem wir uns hier platzieren. Wenn die sich dann umdrehen, dass wir dann von hinten kommen oder hier von der Seite. Mit Shadow-Dingsbumsangriff hier. Ihr wisst schon, was ich meine. Im Shadow-Mode, genau. So, Hayato bitte auch. Ja, muss sich Hayato daran vorbeimogeln. Müssen wir das halt gut timen. Move like water. Die hat aber auch einen ganz knappen Zeitabstand, diese doofe Patrouille. Ist da ganz am Rand bewegen. Bis dahin können wir ohne Probleme. No noise. Quiet. Der Snow. I'm going in. Move like water. What's that? No noise. I cannot. Someone sneaking around. I'm going in. Blades. We killed them for our own survival. Judgment falls to the Shogun alone. Yeah. Wow. Das läuft alles nicht so wie geplant. Aber okay, wir sind durch. Das war da noch ein Unlocken von hier. Oh, hoffen, er hat sich mit niemandem zu halten. Nicht, dass das auffällt. So, Shadow-Mode. Bitte. Oh, der könnte, der das sehen, der Samurai. Ich denke nicht. Shadow-Mode, bitte. Shuriken. Mal gucken, was der Samurai da oben sagt. Naja. Müssen wir gut scheinen. Oh, so exciting. The Fox is hunting. Oh. Cats and birds. Move like water. Mine. Oh. Okay. Speichern. Da kam dann jetzt mal die Kutsche rechtzeitig, sodass die das Blickfeld verstellt hat von den beiden. Und das kann ich so extrem timen müssen oder versuchen müssen. So, Problem jetzt. Die Patrouille. Mein Vorschlag wäre Harakiri. Sobald ihr sich hier umdreht, sollt ihr dann mit drei Leuten rausrennen und die platt machen. Kein Geht. Kein Geht. Könnten sie ablenken mit Feuer, indem wir das Feuer ausmachen. Ich gehe in. Das ging natürlich auch. Silence ist unser Alli. Der Tanz beginnt. Subtlität. Aus der Sicht. Skill über Nummern. Bereit. Okay. Right. So. Mal gucken, wie die sich gleich umdrehen. Der mit der Fackel ist der Anführer. Ist der immer der Anführer? Vermut ich. Der muss ja für Licht sorgen. Na, wie was machen. Ist egal. Ich erwarte. Zeit für das Sautwerk. Wir haben die Advantage. Wir nehmen es ihm bitte in der Mütze. Wir nehmen es ihm bitte in der Mütze. Und Yuki. Mit den Letzten. Und wenn sie gleich zurückkommen. Durch das Zelt durch. Ein Stück laufen. Und dann. zu schlagen. Wird vermutlich nicht klappen. Ja, aber. Mein Gott. Man muss es ja auswählen. Wir können es ja natürlich auch hier reinlocken. Das ging auch. Das machen wir danach. Speichert das nochmal kurz. Also wenn es nicht klappt, dann machen wir es danach. Dann machen wir hier mal das Licht aus. Also dann kommen sie ja da rein. Und dann können wir sie theoretisch auch platt machen. Soll ich die Leiche nehmen? So, das ging doch ganz gut. Das ging doch super. Okay, wir müssen dann noch jemanden, der Masaru holt. Obwohl, den könnten wir im Prinzip die ganze Zeit da liegen lassen. Aber vielleicht sollte man ihn nicht zu weit zurücklassen. Das macht bitte Yuki. Weil der eine guckt ja in die Richtung hier. Der könnte Hayato sehen, wenn der da durchläuft. Was machen wir denn hier bitte? Oh, zu lang. Oh, zu lang. Naja, komm. Geht ja jetzt nicht auf Zeit hier. Gott sei Dank nicht. Zeitbegrenzung wäre jetzt auch noch in die Hölle in so einer Mission. So, aber wir nähern uns dem Ziel. Das Zelt des Schuhuhen. Wir kommen immer näher. Wir kommen immer näher. Speichern. Gut. Der nächste Bereich haben wir, wo wir entlang gehen wollen, nochmal hier durch. Durch den Vorhang hier rum. Die können wir anlocken, die beiden. Das ist kein Problem. Steht da noch ein dritter? Da steht noch ein dritter. Also eins, zwei, drei. Die können wir alle nachher anlocken. Hier läuft noch ein Samurai rum. Da müssen wir das gut timen. Yuki mal bitte wieder. Weil du einfach die Pfeife dabei hast. Komm her. Das ist Spaß. Wir haben... ...leichter Zelt. Da waren es nur noch zwei. Plus Samurai. Das reimt sich sogar. Speichern. So, jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns um den Vogel hier. Das passt. Das passt genau. Falle aufbauen. Das ist ein guter Trick. Das ist ein guter Trick. Dich erreichen wir auch mit der... Nee, ich erreichen wir nicht mit der Flöte, oder? Wie erreichen wir dich denn? Wie können wir dich anlocken? Durch Fußspuren im Schnee, würde ich sagen. Oh, coiled up like a snake. Das sollte eigentlich funktionieren. Danke, lieber Schnee. Er kann verräterisch sein. Er kann uns aber auch helfen. Schnee. Schnee ist super. So, speichern. Den Samurai erledigen wir wie folgt. Right. Psst. Yuki schleicht sich bitte einmal hier dran vorbei. Bis dann gleich das Licht ausschalten. Hier die Flamme. Hayato. My blade is sharp. Move like water. I'm going in. Ich frage mich, ob es möglich ist... Shuriken-Jutsu. ... ihn mit dem Shuriken zu treffen. Ob das reicht? Als Betäubung. Ich glaube, wir müssen aber die Lundenschlosspistole nehmen, oder? Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Katze und Bärchen. Probieren wir jetzt mal aus, ob das war ich mit dem Shuriken. Ich glaube, wie gesagt, nicht, aber... Probieren geht über studieren. Äh, studieren geht über probieren. Ach, ist ja auch egal. Wo ist er? Was? Ich sehe mal, ob versehentlich ich das nicht für da anmacht. Okay, ihr habt gesehen, wie der Shuriken hat überhaupt nichts passiert. Der ist einfach von der Rüste abgeprallt. Kannst trotzdem wieder das Licht ausmachen. Umso schlechter werden wir doch gesehen hier. So, Takuma, bitte... Hier rauf. Da oben ist Munition. Pass auf, die Kutsche! Hast du in der Kutsche gelandet. Und du darfst wieder Masaru mitschleppen. So. Hm, wie viele Schüsse sind denn da drin? Ha, wie generös. Ja. Hm, die kannst du alle treffen. Den, den. Bis hier oben kannst du schießen. Ihr seht ja den Kreis. So weit reicht das. So weit können wir die Leute erschießen. Wenn nichts im Weg ist. Hier oben können wir trotzdem erwischen, oder? Oh, der Kutsche Kyoto ist so lang. Okay. Aiko mittlerweile da. Wir müssen den Kutsche zeigen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle eine kleine Pause, bevor wir uns um den nächsten Kameraden kümmern. Das wäre nämlich er dann hier. Dann er, 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 er. Also hier den ganzen Weg hoch. Ich glaube, die beiden hier können wir sogar ignorieren. Da haben wir aber Glück. Wo wir könnten natürlich den Weg hier benutzen, um hier nachzugehen. Aber das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Aber das schauen wir uns alles in der nächsten Episode an. Würde ich vorschlagen, wir haben Masaru da, ne? Ansonsten sind auch alle da. Hey, du bleibst erstmal oben. Genau, genau, genau. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Das läuft alles. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Bis dann. Bye, bye.